Toll! Punch-Schlag, unser heutiges Thema. Die Deutschen sagen Flachspielen hoch gewinnen und genau das ist die Idee. Liebe Golf-Freunde, Ihr Golf-Pro George hier. Georgios Golf-Akademie in Oberaula und Sickendorf dieses Jahr. Wir sind heute in Oberaula. Unser heutiges Thema Punch-Schlag. Wie hält man bewusst den Ball tiefer? Wo benötigt man so einen Schlag? Und mit welcher Technik kann er den Ball mit Sicherheit tief halten? Diesen Thema werde ich heute analysieren. Wie gesagt, wir sind in Oberaula. Wir sind hier zum Driving Range mit neue Abschlagmatte. Es macht wirklich Spaß hier zu üben und auf euren Besuch, auf unsere Zusammentraining. Wir würden uns sehr freuen. Unser heutiges Thema ist Punch-Schlag. Um den Punch-Schlag besser zu verstehen, ich habe zwei Schläge. Mit mir eine 8-Eisen und 7-Eisen. Die Idee ist, den Ball flach zu halten. Diesen Schlag brauche ich gegen Wind oder manchmal auch in einer normalen Runde. Denn das ist eine sichere Methode, um den Ball neben die Fahne zu schlagen. Also statt eines 8-Eisen, ich werde eines 7-Eisen nützen. Ich werde dann ein bisschen ruhiger schwingen. Wenn ich schnell schwinge, dann bringe ich mehr Spin an den Ball. Mehr Spin heißt Hörschläge. Das wollen wir nicht. Also ich nutze dann das 7-Eisen mit einem lockeren Schwung. Und die Idee ist, ich muss ein bisschen mehr auf die Drehung achten. Ich halte den Schläge ein bisschen tiefer und meine Endposition wegen dieser Rotation kommt manchmal so hoch wie meine Hüfte. Also die Endposition wird nicht so hoch, es wird mehr rund. Ich habe den Ball ein bisschen rechte Seite, rechte Seite als meine normale Stelle. Also jetzt mit einem 7-Eisen fast im Zentrum. Eine schmale Stellung und ich greife auch den Schläge ein bisschen tiefer. Ich drehe mich diese Seite, ich schlage und ich achte auf eine gute Endposition, eine flache Endposition. Wie gesagt, die Hüfte höher. Ja. So, ich komme von hier. Ruhig schwingen. Ein richtig guter Ballflug mit Sicherheit. Und es macht wirklich Spaß, so den Ball zu schlagen. Ich komme auch von diesem Winkel. Ja. Und jetzt mal ein bisschen mehr rein, ich komme auch von dem Ball. Ja. Und ich habe das eine Kabel darauf gemacht. Und ich habe das eine Kabel darauf gemacht. Eine ruhige Bewegung ist immer wichtig und achte auf meine Endposition. Von diesem Winkel sieht man besser, was ich meine. Wir sehen, ich halte die Hände tief, die Hände sind tief und die linke Seite von meinem Körper. Toll! Das war's meine Damen und Herren, Punch-Schlag, unser heutiges Thema. Die Deutschen sagen Flachspielen hochgewinnen und genau das ist die Idee. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Viel Spaß! Das war's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020